Flückwärm Ja heute ist es eigentlich gratis Deine sind wohl gerade aufgetren Und immer mit Bodyroll zu schießen Das ist das schlaueste Oh, morgens am Dürsten. Und nachher rauchen. Das ist so schön. Da müssen wir echt fallen. Weisst du, es sind aber so gestudierte Leute, die sich für weiss nicht was halten. Hey! Oder Pepp, komm nicht raus! Du musst echt mal ziehen. Aha! Sendung mit der Maus, ja? Sagt sie mir jetzt, wie der Zug fährt? Ich will nach Hause. Ich will nur einmal nach Hause. In mein Bett. In den Kühlschrank. In meinen Kühlschrank. Nur nach Hause. Mein Laptop, Bad, nach Hause. Ist immer noch rumgefunden. Was ist denn? Ein Rätsel. Hast du sicher noch einen? Nein, nein. Pass auf, dass wir zusammenkneten. Oh, wir haben eine Wurte. Nein. Oh, das ist eine Wurte. Und jetzt? Hey, wer hat die Stamme gekostet? Nicht so viel Wurte. Nicht so viel Wurte. Ja, wir haben es nur wieder recht, Alter. Wir haben es bereit gemacht, um abtransportieren. Aha. So sagt man das. Ja, komm mal bitte. Spass muss auch sein. Na, warte. Hast du ja nicht immer noch rufen und abbellen? Nein, nein, du musst nicht immer ernst sein. Nein, nein, du musst nicht immer ernst sein. Aber hey, meine Moletechnik, wer hat die? Die ist gelaufen. Ich will nicht so vorbeispazieren. Ich lasse meine Moletechnik. Hier in der Morinnen-Zeltung. Hier innen war es mal ein Zwing-Fool. Hier innen ist nichts. Doch Wasser. Meine Finger sind so trocken. Ja, die gegangen ist meine Moletechnik. Dann wäre ich zu Chauffeur. F***. So, deine volle Deckel. Wenn es nicht drin ist, ja, nein. Ja, ich habe eigentlich keinen Schalt. Hättest du mit alles eingerissen, hättest du es vielleicht gefunden? Was? Gerissen. Gerissen. Ja, es ist ja schon gestern verloren. Das Handy alles. So einfach ist es eben nicht mit den Moletechnik. So nicht. So nicht. So fliegt ... Wie ich sage mich bei Leuten ist es zu weitern. Bell a Hold in. Nicht aus gefallen. Ein Gender. Das lustige geht nicht hier, dass ich einfach dann nicht lustig bin. acksten Hahahahaha Hahaha Jam Jam Das ist wie ein Idiot, der mich nicht Hahaha Alter Weil es nicht so gelachen ist, muss man sich ein bisschen so anziehen Jetzt zünden sie mich eher, aber er hat etwas an Ja, mein Zähl ist eh nicht so viel Ich habe ja deine Arsch anzünden. Die Hosen brennen sicher gut. Nein, das wird immer schwerer. Ich helfe dir bei der Wolldecke suchen, weil du mir sie übst. Ich helfe dir bei dem Wolldecke. Nein, vergiss. Das würde ich mal sagen. Du gehst etwa einen Meter Drachladen weg, damit ich mich unterlegen kann. Ja? Oder mich? Ja. Das ist ja wie ich mich für 50 Jahre alt habe. Das ist scheinbar. Was ist das? Das ist das. Das ist ja ... Ja.